In diesem Video geht es um die besten Bridge-Kameras. Der Qualitätssieger in unserem Bridge-Kamera-Test geht an die Sony DSC RX10 M4. Es ist nun noch einfacher, bei jeder Gelegenheit beeindruckende Fotos und Filme aufzunehmen. Die neue RX10 ist viel mehr als nur eine robuste, intelligente All-in-One-Bridge-Kamera. Ihre bahnbrechenden und innovativen Features versetzen sogar Profis ins Staunen, angefangen beim ultraschnellen AF-System, über ihren 25-fachen Zon-Bereich, bis hin zur außergewöhnlich präzisen und leistungsstarken Bildverarbeitung bietet die RX10 noch vieles mehr, das das Herz eines jeden Fotografie-Begeisterten höher schlagen lässt. Augenerkennung und Tracking von Sony sind die Geheimzutaten für schöne Porträts. Die gleichen Algorithmen für die Augenerkennung, durch die schöne Porträts gelingen, sind jetzt auch für Tiere verfügbar. Bewegen Sie Ihren Finger auf dem Display, um den Fokus zu verschieben. Das ist besonders praktisch, weil Sie auf diese Weise weiter durch den Sucher sehen können. Berühren Sie einfach das LC-Display, um den Fokus auf ein Motiv zu setzen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Canon EOS 2000D. Dank des großen 24,1 Megapixel-Sensors können Sie bis in die Nacht hinein detailreiche Aufnahmen machen und eine attraktive Hintergrundunschärfe einsetzen. Mit WLAN, NFC und der Canon Camera Connect App ist das Teilen der Aufnahmen auf sozialen Medien und das Fernbedienen der Kamera ein Kinderspiel. Live-View-Aufnahmen mit leicht verständlichen Hinweisen bietet der Modus Kreativautomatik. Mit Kreativfiltern geben Sie Ihren Aufnahmen ein einzigartiges Finish. Lernen Sie mit der Canon Photo Companion App. Wenn Sie bereit sind, können Sie mit weiteren Objektiven und Zubehör Ihre Möglichkeiten ausbauen und die Steuerung der Kamera selbst übernehmen. Mit dem präzisen Autofokus, den Reihenaufnahmen mit bis zu drei Bildern pro Sekunde und dem Digic 4 Plus Bildprozessor halten Sie den Moment so fest, wie Sie ihn gesehen haben. Der ultimative Partner für jeden visuellen Geschichtenerzähler. Die Canon Photo Companion App unterstützt Sie beim Einstieg in Ihre Kamera, gibt Ihnen passgenaues Expertenwissen, um Ihre fotografischen Fähigkeiten zu verbessern. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Bridge-Kamera-Test ist die Panasonic Lumix DMC-FZ1000. Das Leica DC Vario ELM ARIT Objektiv der Lumix FZ1000 zeichnet sich durch eine Lichtstärke von f2.8 4.0 aus, die Unschärfen selbst bei Teleaufnahmen verhindert, und einen Brennweitenbereich von 25 mm Weitwinkel bis 16-fach optischem Zoom. Der integrierte 1 Zoll-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor der Lumix FZ1000 sorgt bei der Aufnahme von Fotos selbst mit ISO 12800 für gestochen scharfe Bilder mit minimalem Rauschen. Beim nächsten spontanen Bildmotiv sind Sie sofort aufnahmebereit. Die Erweiterung des schnellen Hybrid-Kontrast-Autofokus um die neue DFD-Technologie ergibt eine noch höhere Präzision und Geschwindigkeit von ca. 0,09 Sekunden. Der integrierte Hybrid-OIS Plus mit 5-Achsen-Ausgleich ermöglicht verwackelungsfreie einhändige Videoaufnahmen. Der Stabilisator erkennt und kompensiert die 5 Bewegungsrichtungen der Kamera horizontal, vertikal und entlang der 3-Drehachsen. Mit der Panasonic Image App nutzen Sie ein Smartphone-Tablet als Fernbedienung für Zoom, Fokus und Fernauslösen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.